Zweiradfans aufgepasst! FPG Zweiradtechnik in Eschelkamm bietet vielfältige Fahrräder und schnittige Motorräder namhafter Hersteller sowie einen hervorragenden Service. Der Fokus des allseits bekannten und beliebten Unternehmens ist der Umbau von verschiedensten Zweirädern zu behindertengerechten Fahrzeugen. Auf diesem Spezialgebiet kann der Meisterbetrieb die jahrelange Erfahrung und das Know-how aus über zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit zu ihren Gunsten ausspielen. Motorräder und Fahrräder werden an ihre körperlichen Voraussetzungen angepasst. Jedes Gefährt wird nach eingehender Beratung vom Rahmen bis zum Sattel individuell abgestimmt. So wird jedes Bike zum echten Unikat. Ganze drei Meister sind in der Werkstätte für Sie da und sorgen für eine gleichbleibend erstklassige Servicequalität. FPG Zweiradtechnik, der Zweiradprofi ihres Vertrauens in der Region kam, bietet Lösungen aus einer Hand.